Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen ASMR-Unboxing, der Trendbox von Trendradar. Genau, ich habe hier rechts neben mir die neueste März-Trendbox mit dem Thema weibliche Energie, also Female Energy. In der Trendbox erwarten uns und auch dich, wenn du sie dir gönnen möchtest, zehn Produkte, diesmal aus den Bereichen Wellness, Food und Lifestyle und wir haben einen Warenwert von 100 Euro ungefähr, mindestens. Und ich habe natürlich wie immer für euch einen 15% Rabattcode, Whispering Jane 1,5. Unter dem Video findet ihr einen Link, wenn ihr den anklickt, wird er euch automatisch gut geschrieben, gilt aber nicht für die 12-Monats-Abo-Box, weil die schon sehr, sehr günstig ist, natürlich verständlich. Gönnt euch die Box ab 33,95 waren es, glaube ich, oder 34,95, sorry, im Monat in verschiedenen Abostilen, kaufen einmalig oder eben auch für ein paar Monate, wie ihr möchtet. Und wir haben jeden Monat ein anderes Motto, ein anderes Thema, was ich immer ganz schön finde. Die Box gibt es auch immer in einer veganen Variante, die ich mir immer zuschicken lasse. Und es ist Naturkosmetik, also hochwertige, gute Produkte. Und jetzt ohne weitere Umschweife werfen wir einen Blick in die Box. Und vorher gibt es noch ein bisschen Tapping. Die Box ist heute wieder sehr, sehr schwer. Und ich habe sie wie immer nicht geöffnet. Ich weiß nicht, was drin ist, weil ich mich gerne selbst überraschen lasse. So schauen wir, was uns erwartet. Ich habe mich hier mit einer Schere und einem Messer ausgerüstet, falls ich etwas öffnen möchte. Und das auf eine ästhetische Weise. Okay, ich versuche sie hier so zu öffnen, dass ich es nicht sehe. Aber wir haben sowieso erst mal noch ein Papier oben drauf. Packpapier. Und dann haben wir noch das Seidenpapier als Siegel. Und jetzt haben wir den thematischen Sticker als Siegel. Ja, wir haben den Sticker, so gut ich ihn abreißen konnte, lässt sich nicht so einfach ablösen. Und hier habe ich wieder meine Karte als Kooperationspartnerin mit Dankestext für die Kooperation von Anna. Ja, Dankeschön. Und dann haben wir noch die Person, von der Person eine Karte, die meine Box gepackt hat. Und das wirst du bei dir dann auch drin haben. Liebe gepackt von Christine. Und das ist ein Teil eines Gewinnspiels. Sammle alle Großkarten unseres Teams mit den Nummern 1 bis 10 und gewinne eine große Geschenkbox. Schicke dazu einfach ein Foto deiner Garten an supportet Trendrader.de. Das Schöne ist, mit den Boxen unterstützt man auch soziale Projekte. Und Trendrader ist es auch wichtig, dass die Sachen so gut es geht plastikfrei sind oder zumindest recycelt oder upcycelt sind. Was ich gut finde. Und hier haben wir jetzt unseren Flyer zur Broschüre, in die ich jetzt auch noch nicht hineinziehen werde, weil dort alle Artikel aufgeführt sind. Und auch die Preise, die wir uns am Ende wieder ansehen. Ich bin gespannt, welche dieses Mal in der Box der teuerste Artikel ist und ob ich es richtig schätze. Und du vielleicht auch. Und hier haben wir auch am Ende auf der Rückseite eine Vorausschau für den nächsten Monat, für den Mai. April, Entschuldigung, April. Lass uns übergrüßen den Frühling. Genau. Das Motto steht noch nicht da. Zumindest kann ich es nicht erkennen. Lass uns dann überraschen. Okay. Und jetzt holen wir die Produkte nach und nach raus und schauen sie uns an. Yeah. Okay. Es geht ja, wie gesagt, um das Thema weibliche Energie und alles, was uns von gut tut. Und es stärkt, innerlich wie äußerlich. Die haben ja was Interessantes, was ich so noch nicht gesehen habe. Optisch total cool. Für meinen Geschmack ein bisschen zu verplastet. Ich fühle hier drin, dass die Maske in etwa nur von hier bis hier geht. Also von hier bis hier. Der Rest ist alles plastisch. Das finde ich dann immer weniger gut. Aber hier steht da, dass die Verpackung recycelbar ist. Das ist sehr cool. Es ist auch vegan und tierversuchsfrei. Das ist eine Dekolleté-Tuchmaske. Klimaneutrale Herstellung, dermatologisch getestet. Vlies, biologisch abbaubar. Und in Deutschland hergestellt. Bye-bye Knitterfältchen. Das sind ja die, die immer vom Seitenschlafen kommen meistens. Wenn du eine Seitenschläferin bist, wirst du das kennen, dass sich mit den Jahren immer mehr eine Falte hier bildet. Und ich habe das Glück, dass ich, wenn ich schlafe, wirklich, wenn ich richtig schlafe, Rückenschläferin bin. Aber wenn ich wach bin, drehe ich mich gerne auf die Seite. Und ich klemme mir dann immer meine Decke zwischen die Boobies, dass sie nicht so aufeinander liegen. Das ist mein Trick und das hilft gut. Genau. Bye-bye Knitterfältchen. Gelättet feine Linien, versorgt die Haut mit viel Feuchtigkeit und Verleide. Dämmt ihr Goltier einen unwiderstehlichen Glow. Die Second Skin Effekt-Tuchmaske ist gedrängt. Mit einem Wirkstoffkomplex aus Hyaluron. Herba oder Herba Glow, also irgendwas mit Kräutern. Schwarzer Maulbeere und Panthenol. Panthenol ist, glaube ich, immer zur Verruhigung. Ja. Herba Glow für ein strahlend schönes Dekoté. Hyaluron Booster polstert auf und glättet. Aber das Material, also so wie das aussieht und dieses Schillern, finde ich ja total schön. Ich denke, die Hälfte der Verpackung wäre auch gut gewesen. Das können wir natürlich jetzt hier nicht öffnen. Das hebe ich mir auf. Und ich sehe auch einige natürliche Inhaltsstoffe dran. Irgendwelche Extrakte von Pflanzen. Auch Koffein. Und irgendeinen Wurzel-Extrakt. Oh, vielleicht Pfingstrosa. Pionia, sowie Pionie. Das erinnert mich an Pionie. Lactiflora Root Extract. Magnolia ist auch drin. Und ja, die Firma ist eben Frau Schmitz Beauty. Check. Zweites Produkt. Wir haben wieder etwas von Malik. Malik war ja schon mal Schmuck. Da hatten wir diese Sternen-Anhänger-Kette schon mal vor ein paar Monaten. Das war damals das Trend-Goodie für das 12-Monats-Abo, wenn man eins bucht sozusagen. Das ist wieder von Malik. Eine weiße Schachtel mit erisierender Schrift, also schillernder Schrift. Und hier haben wir eine Lasche, die wir rausziehen können. Dann öffnen wir das einfach, denke ich. Ups. Eine Art Armband. Ziemlich viel Verpackung. Für so ein winzig kleines Stück. Schmuck. Bei diesem Stein handelt es sich um einen Mordstein. Steht ganz groß hier drauf. Ja. Die Sachen von Malik waren jetzt bisher, ehrlich gesagt, generell nicht so meins. Aber ja. Ist für Intuition, Weiblichkeit und Selbstvertrauen der Stein. Vielleicht gefällt es ja dir. Oder du kannst es jemandem schenken. Okay, weiter geht's. Wieder ein Schwamm. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, diese Pads und Sachen. Hier haben wir wieder einen Schwamm, einen Cognac-Schwamm diesmal. Einen mit Aloe Vera, den man eben anfeuchtet. Der ist eben erst mal hart und wird dann weich, wenn man ihn benutzt. Ich weiß nicht, ob der mit Aloe Vera-Saft getränkt ist. Warum Sie Aloe Vera schreiben. Ist ein veganes, reines Naturprodukt aus der Pflanzenfaser der Cognac-Wurzel. Beim Cognac-Wurzel kenne ich diese komischen Nudeln, die es gibt, die so in Cognac getränkt sind. Genau, beim Eintauchen das Wasser wird der Schwamm weich. Nun sanft ausdrücken mit Kreisen, immer wegen der Haut. Aber warum steht da Aloe Vera? Das haben Sie ja irgendwie, glaube ich, nicht erklärt. Komisch, steht wirklich nichts da, was das mit der Aloe Vera auf sich hat. Vielleicht, das ist auch nur der Farbton, aber ich glaube, dann würden Sie das nicht schreiben. Das Ganze ist noch mit einem Faden versehen, der drin hängt. Das ist unser nächster Artikel. Moon Milk Herbaria Good Mood, natürlicher Schlummertrunk mit Kurkuma und fruchtiger Lukuma. Das ist das hier. Sieht optisch ganz interessant aus. Gewürzmischung mit Haferflocken, Erdmandel und Lukuma für die Zubereitung eines ayurvedischen Getränks. Und ich denke, das wird wohl die innere Ruhe etwas ankurbeln. Genau, ganz klassisch 100 bis 150 Milliliter Milchhafer trinkt oder in anderen Pflanzenkaufkoch. Ein Beutel Mohnmilk zu geben mit Pürierstab oder Schneebesen mixen und genießen. Du kannst es auch leicht süßen, zum Beispiel mit Ahornsirup oder Honig. Ashwagandha, Kurkuma und die fruchtige Süße der Lukuma-Wurzel ergeben ein wunderbares Getränk. Ja, Ashwagandha ist, glaube ich, soweit ich weiß, ein, wie nennt man das nochmal, ein, etwas, das uns bei, ein Adaptogen, glaube ich, sind diese Pflanzen, die uns helfen, mit Stress und schwierigen, also, ja, stressigen Lebenssituationen besser umzugehen. Die beruhigen uns mehr. Haferflocken, Kürbispulver und Erdmandel. Kumafrucht, Mandarinsaftpulver, Kurkuma, Ashwagandha, Wurzelrote Beete, Tomatenmark, Zimt, Fenchel, Makis, Ingwer, Tonka Pona. Ich mag persönlich Kurkuma nicht, aber vielleicht werde ich es mir trotzdem mal gönnen. Das ist wahnsinnigstes Produkt. Mit einem goldenen Siegel. Fünf mal fünf Tütchen haben wir ja drin. Fünf mal fünf, ich meine fünf mal fünf Gramm Tütchen. Fünf Tütchen. Weiter geht's. Hier habe ich eine Dose, ein Getränk, Das sieht interessant, oh. Pfirsich Passion, also Peach Passion. Fruchtiger Kick mit Ohr. Das kann ich jetzt leider nicht probieren, es ist zu spät. Ich reagiere aber auch auf Koffein nicht gut, also leider ist das nichts für mich dann. Schade, ich dachte, es ist einfach nur eine Limonade anstatt irgendwas Aufputschen. Und das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, leider jetzt nicht, sonst kann ich nicht schlafen. Koffeinhaltiges, veganes Bio-Erfrischungsgetränk mit gemahlenem grünen Tee, Guarana und mehr Fruchtsaft. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und Schwein natürlich nicht. Also wir haben drin Wasser. Zehn Prozent Pfirsichmark Orangensaft. Und, ach schade, sogar meine Lieblingsfrucht, Passionsfrucht drin. Rohrer Zucker, ja, klingt alles sehr, sehr gut. Aber da ist eben auch Guarana-Extrakt drin. Und noch natürliches Koffein bei, das ist aufputschend, anregend sozusagen. Ich würde so gern trinken, aber ich bin sowieso schon oft so ein unruhigerer Mensch. Ich bin schon auch ruhig, aber Dinge wühlen mich schnell auf und ich reagiere auf Koffein wirklich nicht gut. Ist nicht gut für mich. Aber das haben Sie sicherlich im Sinne davon gemeint, dass die Power in einem geweckt wird. Also nicht nur Entspannung wie eben mit der Moon Milk, sondern auch durch Powern. Bio-Hack Spirit Germany heißen die hier. Ja, Guarana und Matcha. Cool gemacht von den Farben. Bio, bio und vegan, sehr cool. Hier ist wieder ein Tetra-Pack drin, wieder irgendeine Milch oder so. Ist das wieder was von Ballade en Provence? Nein. Das ist ganz cool. Habe ich mir zwei erst gekauft. Ich habe zwei Dosen davon. Bin erstmal sehr gut aufgestellt, aber ist eine gute Idee. Okay, das ist jetzt Zink. Obwohl ich ehrlich gesagt in den letzten Boxen eher Vitamin D3 besser gefunden hätte. Das ist so das, was wir jetzt momentan am meisten brauchen. Vitamin D3. Weil wir einfach keine Sonne hatten die letzten Monate. Aber Zink ist natürlich auch ganz gut für das Immunsystem. Hier haben wir 90 Kapseln drin. Gucken, ob Sie noch irgendwas extra zugefügt haben an Füllstoffen. Reis, Mehl, Zink bis Glycinat und ein Überzugsmittel, pflanzliche Kapselhülle. Es geht also nicht so viel extra noch reingematscht, sondern halbwegs unverfälscht. 25 Milligramm Zink pro Kapsel. Das ist ganz gut als Backup mal, wenn man keins mehr da hat. Ich kaufe meine Produkte ja immer bei Sunday Natural und dadurch bin ich ziemlich gut aufgestellt. Ich habe jetzt gerade zwei Dosen Zink da. Ich glaube, in einer Dose waren es 90 oder 120 Kapseln. Irgendwann ist alles mal alle. Von BIOCO FIT habe ich noch nie gehört. Die Firma BIOCO FIT, wie Björn. No BIOCO. BIOCO FIT. Fühlt sich leider nicht nach einer Glasdose an, sondern wieder nach Plastik vom Gewicht her. Sunday hat ja immer Glasdosen. Das finde ich schöner. Wäre so cool, wenn Trendradar auch mit Sunday kooperieren würde. Ja, das Plastik. Das hätte man noch umweltfreundlicher machen können. Ich bin mittlerweile wirklich so sehr anti-Plastik. Es gibt so viele Meere, die voller Plastik sind. Und es ist einfach grauselig, wirklich. Deswegen sollten wir wirklich nach anderen Alternativen suchen. Und die gibt es zu 100%. Ja, und da könnte man natürlich sehr gut eine kleine Glasdose draus machen. So wie es Sunday eben auch macht. Die sind ein gutes Vorbild. Wir haben uns einfach die letzten Jahrzehnte so sehr an Plastik gewöhnt, dass wir das oft gar nicht hinterfragen, wie viel es trotzdem immer noch verwendet wird. Und ja, ich merke einfach, dass ich es auch als Material nicht mag. Das fühlt sich einfach, ja, energetisch oder wie auch immer man es nennt möchte, nicht so gut an. Ich kaufe auch nur noch Glas, Trinkflaschen, kein Plastik mehr. Zink, 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 zink. Sehr gut bei viralen Erkrankungen oder Infekten. Es ist immer sehr, sehr gut, um den Virus sozusagen zu zerstören. Ich habe mal gehört, dass Zink irgendwie die Wand, die Außenwand sozusagen, das Virus, das wie aufreißt. Und das wollen wir. Es geht weiter. Ja, wir holen jetzt mal dieses große Tetra-Pack raus. Diesen Trink. Der Letzte hat ehrlich gesagt gar nicht geschmeckt, der Hanftrink. Ich hoffe, es ist was anderes jetzt. Aber ich mag auch generell Hanf nicht, so wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt wirklich eher der Haferdrinktyp. Ja, die Firma kenne ich, erkenne ich schon im Display. Ohne das lesen zu können, das müsste. Ja, das ist Natumi. Natumi ist gut. Ich bin auch relativ kostspielig im Bioladen. Natumi ist sehr gut. Und, yay, es ist Hafer. Good choice. Good away, good away, Trendrader. Hafer ist wirklich sehr, sehr lecker, Haferdrink. Und wir haben hier auch genauso viel drin wie bei Reva. Reva ist ja so der absolute, beste Haferdrink für mich von Bio. Also der Bio-Eigenmarke von Reva. Denn eben auch Reva hat den höchsten Haferanteil drin von allen Haferdrinks, die ich bisher getrunken habe. Die anderen haben meistens immer nur so 11 Prozent drin. Und die hier haben auch 15 genau wie Reva. Das schmeckt einfach viel vollmundiger. Und interessant ist, dass hier sogar steht, fermentierter Vollkornhafer. Nicht nur Vollkornhafer, sondern nicht nur sogar Vollkorn, sondern auch noch fermentiert. Und fermentiert ist wohl viel, viel besser. Generell alles, was fermentiert ist, ist immer für uns besser verträglich. Haferdrink von Natum, gefällt auch das Design ganz gut, haben sie ganz schön gemacht. Okay. Haben wir das jetzt auch geklärt, was es nun war? Jetzt haben wir eine Flasche. Oh ja, das ist gut. Uh, interessant. Das könnte ich sogar jetzt noch trinken. Rabenhaus ist auch eine sehr gute Firma, hochwertig Bio. Die haben jetzt keinen Saft, also keinen Fruchtsaft, sondern wir haben einen eher Gemüsesaft. Und der heißt scharfes Gemüse. Uh, sehr gut für die Darmflora. Mal ein bisschen alles durchzuhauen, zu desinfizieren. Bio-Direktsaft mit Ingwer, Chili und Pfeffer. Und hier haben wir drin Tomate, also alles Bio. Möhre, rote Beete, Gurke, Sellerie, Ingwer, Sauerkraut. Wenn das keine Blähungen gibt. Bio-Zwiebelsaft. Uh, Meersalz, Bio-Schwarzer Pfeffer, Bio-Chili, Weißwein, Essig, Petersilie, Basilikum, Liebstöckel, Dillsaft, Zitronensaft. Das probieren wir mal. Ich habe jetzt gar nichts zum Runter-, zum Nachkippen. Ich glaube, ich probiere noch ein bisschen, weil scharf. Kann schon sehr scharf sein. Ich bin jemand, der eher Pfeffer mag. Ich bin kein Chili-Fan. Die Schärfe von Chili ist mir zu krass. Ich mag es eher pikant, dann ab und zu mal, aber eher weniger. Riecht wie ein Gemüsesaft. Oh ja. Ja, ist auf jeden Fall sofort scharf. Ja. Richtig schön scharf im Hals, gleich im Brachen. Mhm. Ja. Den trinke ich nachher noch. Wenn ich was nachtrinken kann, das ist scharf. Also das ist wirklich scharf. Scharfes Gemüse. Lustiger Name. Du scharfes Gemüse, du. Du heiße Kartoffel. Oh mein Gott, du spitzer Sellerie. Du rattige Möhre. Okay. Interessant. Ich hätte mich ehrlich gesagt mehr über Fruchtsaft gefreut. Aber cool gemacht. Das Knie stammt. Was ganz Leichtes. Was winzig kleines. Das ist ein Erbsensnack von Smeky mit K-K-Y-Smeky. Instant Erbsen und sofort schmecken. Schmecken. So sieht das aus. Das ist fast gar nichts. Also, ich weiß nicht, ob das sind 10 Gramm genau. Wollte ich gerade sagen. Echt jetzt? Sind die jetzt gar nicht gewürzt? Da sind jetzt gar keine Gewürze drin. Das sind jetzt einfach nur reine Erbsen. Okay. Ich dachte, das ist so ein bisschen würzig. Das ist einfach nur eine blanke Erbsen. Ja. Ja. Schmeckt halt nach Erbsen. Ist okay. Bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Aber hat viele Nährstoffe. Steht drauf. Vogelsäure, Vitamin C, Niacin, Reboflavin, Thiamin, Kalium, Magnesium. Ja. Eine Cliff Bar mal wieder. Crunchy Peanut Butter. Cliff. Gleich mal essen. Ja. Ich habe mir ja mal von einem Zuschauer unten drunter in den Kommentaren schreiben lassen oder sagen lassen, dass Cliff Bar ist, glaube ich, ursprünglich für den Radsport entwickelt worden. Und daher sehr, sehr kohlenhydratlastig sind. Also nicht so der Proteinregel, sondern eher schneller Energiegeber. Schmeckt gut. Hat das eher eine manchigere, gepresste Radsport. Sonst hätte ich das jetzt nicht knosprig oder so. Erinnert mich an Sinegars. Das Innere von Sinegars. Weil wir hier außen keine Schokolade haben. 111 Kalorien. Dieses kleine Stückchen. Aber auch eine Eiweißquelle. Man kann es echt nicht ecken. Ich weiß nicht, warum die Firmen das jedes Mal machen. Dass immer in dieser Lasche drin die wichtigsten Sachen stehen. Kann kein Mensch lesen. Ja, ist nicht doll. Protein 4,5 Gramm pro Regel. Da haben wir auf jeden Fall mehr Kohlenhydrate. Pro Regel knapp 7 Gramm Zucker. Und Kohlenhydrate pro Regel 15. Genau. Aber geht ja auch um Energy. Crunchy Peanut Butter. Schmeckt auf jeden Fall gut. Noch eine. Ups. Cool. Die hatte ich schon mal in einer Box. Chocolate Chip. Lecker. Werde ich jetzt nicht noch essen, um Gottes Willen. Ich will ja gerade mal wieder ein bisschen abnehmen. Das reicht da so. Sehr gut. Das wäre jetzt eher meins. Chocolate Chip. Lecker. Dann gab es, glaube ich, auch Macadamia. Cliff Bars habe ich auch schon bei Rewe gesehen in der veganen Abteilung. Aber kann ich mir sehr gut für unterwegs oder an einer Klippe vorstellen. Cliff Bar. Vielleicht wurde es ja doch ursprünglich fürs Klettern gemacht. Wäre ja naheliegend. Peel von Madara, wieder die super teurer und auch sehr hochwertige bulgarische Naturkosmetik-Marke Madara. Die Produkte sind so wahnsinnig teuer. Das wird wahrscheinlich wieder das teuerste Produkt heute sein. Peel. Eine cremige Ton-Aha, also A-H-A-A-Peel-Maske. Creamy Clay A-H-A-Peel-Mask. Okay. Auf Englisch wieder alles nur. Für alle Skin, also alle Hauttypen. Besonders aber auch für ölige Haut. Aber auch Mischhaut und zur Akne neigende Haut. Ich weiß jetzt leider nicht, wozu dieses A-H-A-Gutes A-H-A-A. Das wird uns sicherlich dann nochmal erklärt werden in dem Flyer. Geheignet für, genau, fahle, glanzlose, rauhe und problematische Haut, Milchsäure. Löst abgestorbene Zellen, abtonende Erde, bindet Unreinheiten und hilft die Haut sanft, aber effektiv zu glatten und glätten, wodurch sie weicher, ebenmäßiger und strahlender wird. Das ist bestimmt wieder eine schicke Tube. So, das hatten wir schon mal als Maske. Genau, wieder so eine Tube. Ja, das wird garantiert wieder das teuerste sein. Double Action. Ach so, hier steht sie, Prozent, aha, plus Klee. Double Action, Peel and Polish. Hm, da steht's. Ja, das ist irgendwas mit, hat was mit der Milchsäure zu tun. Genau, also, dieser Milchsäure sorgt dafür, eben die Haut, die oberste Hautschicht so ein bisschen anzuweichen. Und so ein bisschen Säure eben. Bin ich mal gespannt, wie das ist. Für mich ist ja das beste Peeling-Mittel und abgestorbene Hautschüppchen-Entfernungsmittel immer noch Natron. Ich habe ein sehr feines Pulver. Und wenn ich mich dusche und schon nass bin, dann gehe ich in den Beutel rein mit meiner nassen Hand und hole mir so einen kleinen Haufen raus. Und treibe mich damit einfach überall ein, wo ich raue Haut, also gestorbene Hautschüppchen entfernen will. Meistens aber doch überall, wo ich kann. Außer wenn man frisch rasiert ist, empfehle ich das nicht, das brennt. Denn das Natron ist basisch und unsere Haut hatte ja aber einen saureren pH-Wert. Deswegen, glaube ich, brennt das so ein bisschen bei uns auf der Haut. Aber ja, interessant, da bin ich sehr gespannt. Das ist wieder über 30 Euro oder so, kostet das kleine Typchen. Das sind 60 Milliliter. Ja, bestimmt ein Siegel. Ja, das ist ein Siegel. Ja, ein Siegel. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Madara bulgarisch ist, aber ich habe es mal gegoogelt. Sie hat farblich gut auf die Tonerde abgestimmt. Okay, jetzt müsste nicht mehr allzu viel drin sein. Vielleicht sogar gar nichts, doch ein bisschen war es noch. Okay. Okay. Ja, okay. Das war es im Prinzip fast. Wir haben noch einen Cliff Bar, einen Cliff Riegel. Und zwar mit Macadamia. White Chocolate Macadamia Nut. So cool. Genau, dass das auch alles vegan ist. Das finde ich so super. Freue ich mich drauf. Werde ich dann mal wieder schnabulieren. Yummy, yummy. Ja, und dann haben wir noch von Herbaria eine Moon Milk. Noch extra ein Pröbchen dabei. Ich glaube, auf das hier hätte ich mich mehr gefreut, als auf das andere, was wir jetzt hier haben. Oder was ich zumindest habe. Ich weiß nicht, ob Trendradar nur diese Packung in alle Boxen packt. Oder ob es die ganzen sechs Sorten, die sie haben, verteilt in die Boxen. Denn wir haben hier diese pinke Variante. Das ist Love, Moments of Passion. Good Mood, Moments of Happiness. Sweet Dreams, Good Night and Sleep. Refresh, Spirit of Life. Nirvana, Moments of Peace. Body Flow, Moments of Regeneration. Werden Good Mood. Stimmt, Good Mood. Ja, und auf das freue ich mich. Da habe ich hier, oder haben wir hier ein Tütchen drin. Ein Probebeutelchen. Und so sehen sie dann alle aus. Die Packungen von vorne. Und so sehen die Getränke dann aus. Cool. Sehr, sehr schön. Hier haben wir auch wieder Haferflocken, Kakao, Kürbispüree wieder. Lukuma-Frucht, Zimt, Kirsch, Granulat. Ah, okay, ich hätte gedacht Beere. Sowas wie Himbeere oder so. Ähm, Ashwagandha-Wurzeln, Maki's, Tonka-Bohne und Kurkuma. Ja. Moon Milk, Sweet Dreams, ayurvedischer Schlummertrunk. Das sind tatsächlich wirklich alles Schlummertrunk, weil eben die Ashwagandha, ja. Zitrin ist da stets nämlich. Ashwagandha, ein ayurvedisches Gewürz, ist seit Jahrhunderten für seine beruhigende und stresslindernde Wirkung bekannt und gilt als wirkungsvolles Adaptogen, wie ich gesagt habe. Adaptogene arbeiten im Organismus immer genau dort, wo sie gerade gebraucht werden. Sie liefern Energie, wenn es nötig ist, aber überstimulieren nicht. Das finde ich sehr gut. Gönn dir eine kleine Auszeit. Also Moon Milk, tolle Idee von Herbaria. Bin mal gespannt, wie viel so eine Packung kostet. Ja, und dann haben wir noch Okay. Ein Katalog drin von einem Produkt, das wir gar nicht drin hatten. Muss ich noch mal gucken im Flyer. Spring Summer von Soft Clocks. Soft Clocks. Und von Rabenhorst noch ein Flyer. Gemüsesaft mit Zusatznutzen. Genau, sie haben auch noch Basenbalance mit Zink und Immunkraft mit Vitamin C und Zink. Sehr, sehr schön. Das war unsere März-Trend-Box, ihr Lieben. Oh, interessant. Das dürfte bestimmt einigen von euch gefallen. Soft Clocks. Soft Clocks. Ich weiß gar nicht, ob die vegan sind. Nein, die sind aus Leder. Deswegen komisch, dass sie mir die in die Box legen. Das ist leider Leder. So, meine Lieben. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zum Flyer. Und schauen noch mal hinein. Wegen der Preise. Wow, okay. Dieses kleine Armbändchen mit dem transparenten winzig kleinen Mondstein kostet 39 Euro. Da steht noch ein bisschen was über die Wirkung des Steins. Für die Intuition, bekannt als Stein der Frauen, der sich positiv auf den weiblichen Körper, Geist und Seele auswirkt. Jeder einzelne Mondstein wird handgeschliffen, ist somit ein wahres Unikat. Sorgt dafür, dass du dich wohlfühlst. Seine beruhigende Wirkung verhilft dir in ihre Ruhe zurückzukehren und mit ausgeglichener Gelassenheit den Alltag zu meißen. Ein kraftvoller Reminder. Okay. Ja, also dann ist tatsächlich das Armband wohl der teuerste Artikel hier drin. Denn die Haar-Peeling-Maske kostet 27,95 Euro. Dann haben wir die Moon Milk. Die kostet 6,99 Euro für fünf Tütchen. Dann haben wir den Cognak-Schwamm. Der kostet 6,95 Euro. Das Nahrungsergänzungsmittel von Bio-Gofit, das es auch noch zum Beispiel in Eisen gibt. Und Haut, Haare, Nägel kostet 14,95 Euro. Genau, in diesen drei Varianten gibt es das. Ah, den Haarvertrink, den gibt es für 2,29 Euro. Den kleinen Rabenhorst. Gemüsesaft, Gemüsesaft, 99 Cent. Stärkenden Energieriegel, den bekommt man für, wow, die sind echt teuer. 3,57 Euro pro Riegel. Dann haben wir den Energy Drink, der kostet 1,59 Euro. Und den proteinreichen Erbsensnack für 1,29, 10 Gramm. Und das war es auch schon. Gucken, was noch so drin steht. Dann haben wir noch Tipps, wie man seine Power, seine Kraft mobilisiert. So was wie meditieren, Yoga, tanzen. Verbringe Zeit in der Natur. Genau, weibliche Energie aktivieren. Dann haben wir wieder eine Idee, also eine kreative Idee, wie was wir aus der Box, aus dem Karton machen können. Und dann haben wir noch Hummus aus Erbsen steht hier noch. Den kann man machen, sich selber ein Rezept machen. Das war ein Rezept, das hier drin mit gekochten grünen Erbsen und auch dem Smeki Erbsensnack, den man dann am Ende einfach drüber streuselt. Tahini und so weiter. So sieht das dann aus. Und das war unsere Trendbox für den März 2023, ihr Lieben. Wenn euch die Inhalte gefallen haben und ihr euch die Box gerne gönnen wollt, geht, wie gesagt, sehr gerne auf den Link unter diesem Video. Oder ihr kennt eine wunderbare Person, muss ja auch nicht unbedingt eine Frau sein. Kann auch teilweise sogar ein Kind sein oder auch ein Mann, wenn du weißt, er mag sowas. Und ja, dann gönnt euch das. Die Box 100 Euro wert mindestens. Und ab, ich meine, 33,95 in etwa. Ich merke mir das immer nicht, ob es 33 oder 34,95 waren. Die günstigste Variante, die allergünstigste, ist natürlich das 12-Monats-Abo für 29,95 pro Monat. Aber wenn du das nicht so mit einem Mal zwölf gleich bestellen, bezahlen möchtest, dann ist das die günstigste Variante, die 33,95. Und das gibt darauf dann noch 15% Rabatt. Okay. Sehr gespannt auf die Moon Milk. Den Saft werde ich, ups, den Saft werde ich noch austrinken, aber heute wahrscheinlich mal gucken, ob sich das so gut mit dem Riegel verträgt. Und auf die Bars freue ich mich und das Peeling. In diesem Sinne alles, alles lieb, sagt Whispering Jane. ASMR. Bye Bye. Ciao Ciao. Au revoir. Au revoir. Tschüss.